der staubt uns auf jeden fall nicht tut yo leute herzlich willkommen zu meinem kanal jetzt spieler und kraften skywars auf der map locos und zwar leute spiele ich heute mit einem neuen pack und zwar hat mir der gute sublogos ein packdesign auf jeden fall danke an dich sublogos ist es auf jeden fall ziemlich nice geworden das pack so leute gehen auch mal in die mitte so leute auf jeden fall falls ihr das pack auch haben wollt dann könnt ihr es euch in der video beschreibung runterladen der typ hat nämlich gerade auch ziemlich mit seinem tankkit reingeschwitzt denn es ist auf jeden fall ultra nice geworden das pack leute schreibt auf jeden fall mal eure meinung zu diesem pack rein ich finde es auf jeden fall extrem nice und noch mal danke an dich sublogos und dieses tolle pack leute dann machen wir uns jetzt auch mal ein sharp 3 schwert da vorne ist schon unser gegner er drückt uns auf jeden fall kaum gg leute ich würde sagen dann sehen wir uns gleich auch wieder in der nächsten runde skywars so leute schreibt uns auch in der nächsten runde skywars auf der map castle schreibt mal verwässerungsvorschläge rein wie zum beispiel animierte erze andere schwerter leute ich feiere auf jeden fall dieses texture pack ist nämlich ziemlich nice und ich kann ziemlich gut spielen hier vorne ist auch schon unser erster gegner ja hast du jetzt nicht damit gerechnet da unten sind auf jeden fall zwei leute beziehungsweise jetzt nur noch einer würde ich sagen gehen wir mal jule rauf oh mein gott btf der hat auf jeden fall das spiel verstanden wie man sich save ok gehen wir mal rauf auf jeden fall hat mir schon mal zwei crosswords gedrückt ok das sollte er eigentlich nicht überleben damit hätten wir ihn auch dann sehen wir uns gleich auch in der nächsten runde wieder so leute müssen wir auch in der nächsten runde skywars auf der map cave ich hoffe einfach mal diese runde wird was von mir körper sieht ziemlich ziemlich gut aus ok leute auf jeden fall hätten wir dann jetzt schon mal ziemlich gute rüstung der staubt uns auf jeden fall nicht so dreckig oh mein gott der halten wir auf jeden fall beide bekommen weil der typ ein bisschen geleckt hat oder habe ich geleckt nein er hat geleckt ok der ist auf jeden fall auch nicht der hellste leute leute ihr könnt euch das text auf jeden fall in der video beschreibung runterladen leute damit werden wir jetzt auch in der mitte auf jeden fall würde ich sagen könnte mir dann jetzt mal alles da der hat uns gut gedrückt das hätten wir auf jeden fall ganz knapp gewonnen das hätten wir auf jeden fall ganz knapp gewonnen da bis zum nächsten mal und ciao und und